Fangen Sie nicht an zu leugnen, es hat keinen Sinn. Sie sind gesehen worden, die Hausmeisterin hat sie gesehen, dann hat sie noch jemand gesehen. Was soll ich denn leugnen hier? Sie soll mir meine Uhr wiedergeben, es ist nämlich eine besondere Uhr. Also, Pumucklbötchen, zeig ihr, was los ist. Nein, nicht schon wieder, nein, ich gebe Ihnen die Uhr. Ja, eben. Ich kann ja mit der Herrenuhr gar nichts anfangen. Ich, ich, tut mir leid, ich mache es nie wieder. Bitte zeigen Sie mich nicht an, ich verspreche ihn, ich mache es auch nie wieder. Aber geben Sie Obacht, lassen Sie sich seine Lehre sein, einen Antrag geben mit Ihnen zur Polizei. Also, es ist eine Ruhe, Pumuckl, herauf, es ist erledigt, wir haben die Uhr wieder, komm, gehen wir.